ist es jetzt, dass wir die Saat, die wir hier gelegt haben, aufgehen lassen und zum Wachsen bringen. Ich möchte als Bürgermeisterin mit der Stadtmarketing vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ich möchte die im Masterplan erarbeiteten Leitideen zur Stadtentwicklung umsetzen und die dort formulierten Projekte voranbringen. Für den notwendigen Neustart in dieser Region. Und wie privatwirtschaftliches Engagement in dieser Stadt eine Stadt voranbringen kann, und das sehen wir an der Umgestaltung des ehemaligen Kornhauses zum PS-Speich.